Toro hat die Wartung der Spindelmäher gerade wesentlich vereinfacht. Die Originalersatzteile von Toro Reels Plus und Edge Series Reels Plus enthalten jetzt alle Teile für den Ersatz der Spindeln und sind sogar vormontiert. Wenn Sie jetzt Reels Plus oder Edge Series Reels Plus bestellen, erhalten Sie die Spindel und alle benötigten Lager, beflockten Dichtungen und Distanzstücke. Außerdem sind alle Teile professionell im Werk montiert. Und Sie haben einen geringeren Zeit- und Lohnaufwand, damit Ihr Neher schneller wieder einsatzbereit ist und Sie Geld und Ressourcen sparen. Und die Verwendung von Originalersatzteilen von Toro bedeutet, dass Sie die legendäre professionelle Schnittqualität von Toro immer beibehalten. Achten Sie daher bei der nächsten Bestellung von neuen Spindeln auf das Plus. Originalersatzteile von Toro Reels Plus und Edge Series Reels Plus. Nur von Toro. Count on it.